was ist mit floh ja genau das ist das wollte ich gleich danach sagen und floh ich werde sie mal erzählen ich bin da hast du ihn vergessen naja ich überhaupt nicht ok und dann braucht Sophie eine Katze weil sie kriegt eh keinen Mann ab so ok I'm just kidding aber ich brauch so 5 Männer 5 aber mein Sim soll sich entscheiden können ok wir die fackeln mir dann irgendwann wir die fackeln mir dann irgendwann die Bude aus Eifersucht ab ich habe auch schon so drei vier Daddys erstellt also ne oh my god das wäre doch witzig wenn neben uns irgendwo in so einer Art WG so Daddy WG Daddy WG mit Hunden oder so ja dann können wir von da ein Pudel adoptieren und bei und ich so oh hi ich möchte nur ein Pudel adoptieren haha und er so ich wollte dich adoptieren ich so hier ist das Schlafzimmer warum liegt hier warum liegen hier Pudel warum liegt hier Stroh am besten warum hast du mal machst du ein Weihnachtsgeweiher auf warum liegt hier ein Weihnachtsbaum rum warum liegt hier ein Weihnachtsbaum rum warum liegt hier ein Weihnachtsbaum rum und wir dürfen ihn versuchen vielleicht reicht es mir auch einfach irgendwann mit euch und ich ziehe zu Flo haha oh nein du kannst mich nicht mit Sophie alleine haha ihr tötet euch ja ich werde an ihn jetzt immer reingehen und mir denken du ich werde den ganzen Haus das ganze Haus schwarz ja euch kann ich nicht alleine lassen ihr bringt euch um es wäre so witzig wenn es mir reicht mit drei Sims gleichzeitig zu spielen dann lasse ich euch euch einfach gegenseitig umbringen aber Flo wenn Flo zu uns zieht dann haben wir zumindest ein Frühstück jeden Morgen das stimmt da muss Flo aber Koch werden aber müssen wir nicht so früh zur Arbeit und dann muss er noch früh aufstehen oh my god wir haben dann unseren persönlichen Wasser das ist doch super na da freut sich Flo bestimmt yay Flo wow was ist das für ein abgefahrener Teppich ok Flo wohnt doch in seinem Q-Bird in seiner Q-Bird Villa mit seinem asiatischen Butler haha ja bitte mach das aber nenn sie nicht Q-Bird Villa du musst sie Producer irgendwas nennen Producer Villa Producer Loft ja genau zu reich Hashtag zu reich Hashtag zu reich Hashtag zu reich Sophie ist einfach ein Geist so oh was ist das hier das ist süß oh das gefällt mir sehr ja tja bei mir funktioniert der Chat aber du bist leider ich muss dir die Seite neu laden ich sehe nichts mehr live sagst ui sie hat sogar mit den auf 4 geschrieben wie süß oh nobody cares oh ist der Chat abgekackt also ich hab nochmal neu geladen und jetzt funktioniert bei mir alles ja ja vielleicht müsste man es neu laden oder so ok ich mach mal neu ok wir haben jetzt äh hier unten hier unten ein paar Pflanzen wären nett ne Kaktus oder so ja man es gibt so viele Kakteen bei Sims 4 es ist unglaublich ok jetzt funktioniert alles oh die Sukkulenten Katze die ist so süß ich liebe die die ist oh ja man Sims hat schon geile Pflanzen sehr süß ach wir brauchen auch mal Lampen fällt mir grad so auf Deckenlapol wäre nicht schlecht ja alles wirklich ja noch ja oh voll süß mit diesem Raum unten und den zwei Stühlen und so nicht so schlecht ne richtig cute ja man ich bin ja immer so total verrückt ich mach immer diese krassen Cheats an und dann hab ich so in jeder Ecke noch Pflanzen also theoretisch ja das stimmt das geht aber wenn man halt cheatet dann geht alles ja du musst einfach mal das Haus und die Sinten so mal hochladen das dauert eine Sekunde und dann check ich das mal aus wir können auch sowieso wenn es fertig ist können wir eigentlich eh das Hochladen für alle ja okay noch ein Bild an die Wand überall müssen noch Bilder hin ja als creme auch dass er mir nie da braucht man ja ganz viele schade dass du nicht alles im teil dann wäre ich von hier habe ich nicht alle was geht mir denn noch ganzes leben ein echt ich habe alle aber ich konnte nur ich konnte kein papier machen sondern es ging nur irgendwas anderes was ging denn ich weiß gar nicht mehr vielleicht kann sich einer von euch noch daran erinnern also wenn du dich bei sims 3 1 bei sims 4 einloggst ne dann kommt ja dieses laden oder neues spiel hast du da alle ja eigentlich schon krass aber vielleicht fehlt mir gibt es schon super natural nee ja ich warte ich warte und warte und das kommt es kann einfach nicht und wer wohl und papier alles alles mir fehlt das so sehr und meine polis einhörner fehlen mir ab ich hatte schon immer in einhorn gehabt ja das kann ich verstehen aber das finde ich nicht mehr so was möchtest du mir damit sagen ja aber was möchte ich immer sagen halloween fehlt okay aber ja nun kann doch auch einfach in den links kommen oder untersagen kann er theoretisch ja aber weil er bestimmt nebenbei auch noch was besseres zu tun hat auch hier sind ja ja das ist klar aber wenn sie sagt dass sie keine vampire installiert hat dann hat sie die nicht installiert boah so ein brunnen hier und dann gibt es auch keine vampire hm finde ich auch süß it's a little bit crazy aber ich kann mich schon gut vorstellen dass du dass es so okay wäre bei dir zu hause ja das ist bestimmt gut fürs feng shui dann haben wir feuer und wasser aber okay das ist keine gute aufteilung hier vorne nicht ganz aber die idee war gut doch ihre armen waren so gut ja die armen waren so kurz soll man sagen was ist mit sowas Fernseher oh Gott ja vielleicht lieber der fernseher dahin wo der boden ist ja obwohl wollen wir unten im foyer ein fernsehen haben ne ok ne maybe not wir sollen uns ja mit datys verhalten deswegen oh Papa Geil Neon Schild ich wusste doch es gibt noch einen ne was noch so Neon dass du die Blenowski weißt es gibt es welche aber sie kann keine machen ja Alien ist boring mit meinem Alien habe ich zwei Kinder und dann habe ich ihn verlassen weil er langweilig war oh was der Chat wird ignoriert stimmt doch gar nicht ah Lukas ja ist nicht so einfach tatsächlich wenn äh man muss ja eingearbeitet werden und wissen was man alles kann und so ok wow was ist das für ein abgefahrener Shit wir verkaufen zwar keinen Rahmen aber es gefällt mir sims challenges machen bitte sag nein was ist das naja es gibt halt so bestimmte sims challenges wie zum Beispiel 100 Babys drauf aufpassen oder so es ist einfach boring ne maybe not das machen Menschen die keine Fantasie haben für eigenen let's play mit cool peoples wie me ok Sophie und dir und genau alles klar also ich finde wenn man schon sein eigenes private play spielt dann kann man so viele Sachen machen also man dass man sich einfach nur selbst Challenges setzt so ich will dass das und das erreichen bleibt ja und bei Challenges ist es halt so random so 102 Dalmatina Challenge oder so ok ne alles gut solange es was zu tun gibt so workspace hier wir brauchen drei Schreibtische aber ich arbeite nicht doch nein du wächst immer ab ach so es gibt es gibt Video Game Designer bei Sims 4 ja ist doch nicht schlecht ja sowas könntest du machen es gibt voll viele coole Jobs oder es gibt sogar Influencer ja ich weiß in faulenzer ja in faulenzer und streamen sogar ach die sachen hohen finger rein dippen und verkaufen ja geil random genetic challenge ist nice Sollen wir alle drei verschiedene Schreibtische haben? Natürlich. Meiner ist schwarz, deiner ist... Deiner kann nicht schwarz sein, er muss ins Konzept passen. Und Sophies ist weiß. You know? Ja, aber Konzept ist Konzept, aber halt Personalities von Personalities. You know? Nein. Und jetzt nimmt sie einen pinken für sich, oder? Hä, wo ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Nee, warum kriegst du diesen königlichen Tisch? Sophie kriegt einen coolen und dich kriegt hässlich. Welchen willst du denn? Ich weiß nicht. Irgendeinen schönen, okay? Ich weiß es auch nicht. Oh, doch, ich weiß es. Da ist so ein blauer Dings. Es sieht so voll modern aus. Empfangstresen. Empfangstresen. Da muss man erst mal dran vorbei. Hier steht dann so ein Empfangsdabel, wenn man mit uns... Hier reden wir. Ich glaube, das wird nicht sogar draufgehen, aber es wäre witzig. Ja, wir tun einfach so. Das hier, der fette Holztisch? Ist das ein Holztisch? Nein, daneben dann. Mit dem blauen Häkchen oben so. Ah. Jetzt dieser Frostfläche. Genau, Frostfläche heißt der. Der? Okay. Nein, Frostfläche. Frostfläche? Neben diesem Hüschel, den du gerade bestellt hast. Ist doch jetzt! Ich überlege, ob ich den hier behalte. Und den, glaube ich, ein bisschen schöner. Obwohl, weiß ich gar nicht. Schwierig. Welcher finde ich schöner? Vielleicht den hier. Boah, aber jetzt finde ich den weißen auch voll schön. Na? Scheiße. Okay, dann nehme ich den weißen Függen. Ah, wo ist eigentlich die? Der rechts steht. So wie es jetzt ist? Ja, perfekt. Alles andere ist eh heftig. Aber das ist natürlich das Beste. So, aber wir im Atelier kriegen alle die gleichen Stühle. Oh Gott. Aber geht nicht anders halt, ne? Ja. Diese hässlichen Billigen. Die war gar nicht so billig, die sind einfach nur scheiße. Luke, wo ist eigentlich die... Wo ist eigentlich die viel zu kleine Toilette mit den 30 Fliegen? Jawohl. That's the question. Everybody is asking for like two hours. Sofies Schreibtisch ist flach. Wie Sophie halt. Ghostwriter Desktop. Ja, wir brauchen aber einen Teppich unter unseren Füßchen. Ja, auf jeden Fall. Den Faulenzer und so. Weißt du, morgen stehst du auf. Hörst du die ganzen Paparazzi-Stimmen? Dann brauchst du doch was warmes unter deinem... Ja, das stimmt. Ich will aber... Kann man die Klavier-Statur aussuchen? Ich will keine gelbe. Ja, man kann leider nur... Es gibt leider nur die gelbe. Oder ich kaufe halt... Dann nehme ich diesen Apple-PC mit dem blauen Häkchen wieder. Okay, der ist ein bisschen schicker, ne? Muss man sagen. Scheiß drauf. Ja, weil der ist hässlich. Okay. Der hier, ne? Oh, den gibt's auch in rosa. Nice. Okay. Siehst du? Keiner kriegt nice Laptops? Genau. PC-Nestwärme. Oder so Nestwäsche, wie der heißt. Nestwäsche. Nestwärme. Okay, girl. Der Delay zwischen Melissa... Estit und Lino Estit. Was? Das Delay. Der Delay zwischen uns beiden, wenn du was siehst und wenn ich was sehe. Ja, es sind keine Häkchen, es sind Häuser, aber ist egal. Warum kriege ich einen pinken? Hä? Ach, her, ne? Das ist doch mein Töch. Ach, ne, das ist ja gar nicht mein Töch. Nein, das ist mein Töch. Ich bin nicht deinem Kumpel, weil du da so voll auf Aufmerksamkeit stehst, okay? Oh, stimmt, der Mülleimer, an dem man seine Essensreste vergessen kann. Mülleimer. Der kann jetzt Kaffee runter. Oh, das ist aber ein süßer Mülleimer. Und wir brauchen voll krassenfettig. Immer noch. Ja. So eine fetten, moderne Art. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Mülleimer, das ist ja. No. Nein, nein. Vielen Dank.